Die Juni-Ausgabe der Deutschen Jagdzeitung steht auf Messerschneide. Aber nicht wie Sie denken, es geht um das Thema Jagd und Freundschaft. Darüber lassen sich ganze Bücher schreiben. Wenn es mit der Freundschaft nicht klappt, gibt es passende Tipps für das richtige Messer. Ah, kleiner Spaß. Bei DOZ-TV wird auf den Fuchs gejagt, und zwar am Tage, bei bestem Licht, im Feldrevier. So soll's sein, er kann ja schließlich immer kommen, der Rote. Außerdem geht's nach Kanada, genauer gesagt nach British Columbia. Die Elchjagd ist genau das Richtige für den abenteuerlustigen Jäger. Den deutschen Jagdterrier steckt man ja eher in die rauflustige und ungehorsame Fraktion. Thorsten Körner zeigt, dass es auch anders geht. Für ihn ist der Terrier der wahre Vollgebrauchshund. Nicht vergessen, DOZ-TV gibt's nur für Abonnenten. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.